Ich lerne Deutsch. Nummer 13.872 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Der Aufzug ist leider defekt. Tolerante Menschen setzen sich für Gleichberechtigung ein. Betont, dass Menschen, die tolerant sind, aktiv für die Rechte und die Gleichbehandlung aller eintreten. Erholung kann spielerisch sein. Erholung kann spielerisch sein. Erholung kann spielerisch sein. Spiele, die Spaß machen, sind eine gute Möglichkeit, sich zu entspannen. Hoffnung ist wie ein unsichtbarer Begleiter, der uns immer auf unserem Lebensweg unterstützt. Hoffnung ist wie ein unsichtbarer Begleiter, der uns immer auf unserem Lebensweg unterstützt. Ich bin Architektin. Ich leite ein Unternehmen für Energie- und Wärmetechnik. Wir suchen dringend Mitarbeiter. Wenn ich deinen Herzschlag höre, weiß ich, dass ich zu Hause bin. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.